Hast du schon von der Biennale 2015 gehört? Nein. Hallo. Haben Sie schon einmal was von der Biennale in Sinn geführt? Nee. Ah, geht's ein Bier? Boah, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ein Bierkontest. Ich habe keine Ahnung. Was? Bionade. Biennale? Ich habe keine Ahnung. Was mit Bier? Ich würde mir was mit Bier vorstellen. Oder Banane? Oder wird's Bananale heißer? Aber das wäre ein doofen Name. Irgendwie mit Film was zu tun. Bionale? Vielleicht irgendwas mit Sport? Haben Sie schon von der Biennale 2015 gehört? Biennale, das ist super geil. Also kennen Sie die Biennale? Nö, keine Ahnung. Aber das wird sicher total spannend. Ähm. Eine Bieranane oder eine Bianane? Ja. Bissi? Ja, ich weiß schon, was eine Biennale ist, aber sie kommt drauf an wo? Oh. Inselnelfig. Ey.